Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Zwei der letzten großen Megastars des Gegenwartskinos sind wieder gemeinsam in einem Film zu sehen, und zwar auf einem Streaming-Service. So läuft das Business heute nun einmal. Ob das Ergebnis doch im Kino hätte landen sollen oder ob ein Streaming-Service dafür vollkommen ausreicht, dem werden wir jetzt auf den Grund gehen. Wir, das sind zum einen Lieder, hallo? Hallo! Und ich bin Christopher und wir reden über Wolves, eine Action-Komödie mit George Clooney und Brad Pitt in den Hauptrollen, die seit dem 27. September auf Apple-Plus-TV zu sehen ist. Die Erwartungen waren groß. Der Film wurde vorher auch auf den Filmfestspielen in Venedig gezeigt. Und dann auf einmal wurde der Kinostart gestrichen und er wurde sofort auf Apple-Plus-TV abgeschoben. Ist natürlich jetzt die Frage, war das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? War man der Meinung, eine Kinoauswertung ist es kommerziell einfach nicht wert? Nun, zunächst einmal müssen wir uns fragen, was erwartet uns denn da? Lieder, was genau passiert in Wolves? Ja, das Ganze beginnt noch mit einer relativ ernst aussehenden Szene, nämlich wir haben hier eine Bezirksbürgermeisterin gehobenen Alters in ihrem Hotelzimmer und sie ist auf einmal mit der Leiche eines jungen Mannes, den sie abgeschleppt hat, konfrontiert. Es gab da offenbar, wie sie sagt, einen fatalen Unfall im Hotel und damit ihre ganze Reputation als konservative Ministerin nicht ruiniert ist, muss die Leiche verschwinden. Sie hat durch einen guten Kontakt die geheime Telefonnummer eines sogenannten Fixers, eines Typen, der dafür gesorgt, dass genau solche unangenehmen Aspekte wie Leichen, die man nicht in seinem Hotelzimmer haben möchte, einfach verschwinden, die ruft sie an. Als dann aber dieser von George Clooney dargestellte Fixer auftaucht, ist wenige Minuten später noch ein zweiter da. Und ihr könnt euch denken, das ist der liebe Brad Pitt, denn die Hotelmanagerin möchte ebenfalls nicht, dass Leichen in ihrem Etablissement gefunden werden und hat darum auf ihre persönliche Nummer mit einem Fixer zurückgegriffen. Und das war Brad Pitt. Jetzt bleibt den beiden nichts anderes übrig, als zusammenzuarbeiten und besagten toten Körper zu beseitigen. Aber der Trubel dieser langen, langen Nacht beginnt schon damit, dass der junge Mann noch recht lebendig ist. Ganz recht. Sehr unterhaltsamer Trailer fand ich, sehr unterhaltsame Ausgangssituation. Und ja, dann dieser Dämpfer, dass ich den nicht im Kino gucken konnte, weil ich hatte mich schon darauf gefreut. Ich dachte, das wird eines der Highlights des Herbstes. Aber jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Wir hatten Screener. Du hast ihn ja tatsächlich vorab sehen können in Venedig, wenn ich da richtig informiert bin. Genau, und das war dann auch in dem kineastischen Rahmen, der dir dann verwehrt wurde. Ja, man muss ja sagen, optisch macht er schon einiges her. Also von den Bildern, die man vorab sehen konnte, hatte man sofort da den Eindruck. Es hatte für mich diesen David Fincher-artigen, düsteren Look, mit dem man New York hier einfängt. Das fand ich schon mal sehr ansprechend. Nur, da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Tonal ist das hier nicht genau das, was der Trailer verspricht. Oder mir zumindest, was mir den Eindruck gab, was der Trailer versprechen würde. Weil gleich zu Beginn hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass der Film nicht ganz genau weiß, wo er hin wollte oder welche Richtung er einschlagen will. Gleich so zu Beginn und auch so durch den ersten Akt, das zieht sich dann aber auch bis zum Ende des Films, wird für mich irgendwie sehr schnell klar, für eine Komödie ist es nicht witzig genug, für einen Thriller ist er nicht spannend genug und er weiß selber nicht genau, was er eigentlich sein will. Das kann man nicht so ganz abstreiten. Als ich den Film gesehen habe, hatte ich mich nicht so weitgehend informiert, dass ich genau wusste, ob es jetzt ein Thriller wird oder eine Komödie. Zum einen, weil vorab noch nicht so viel bekannt war. Zum anderen, wie gesagt, Festival Venedig, ein Film nach dem anderen. Der beginnt ja noch relativ düster und durchaus, wie soll ich sagen, wenig komisch mit einem recht ernsten Szenario. Und als dann auf einmal das Ganze ins Komödiantische kippt, hatte ich auch das Gefühl, dass das fast schon verunglückt wirkte. So, dass man oft nicht wusste, ist das jetzt einfach unfreiwillig komisch oder soll das ein Witz sein? Ja, so kann man das wirklich gut benennen. Denn insbesondere der Wortwitz, das fiel mir sehr früh auf, wirkte doch arg bemüht. Also die Sticheleien zwischen den beiden, die haben nie so recht gefunst, weil das hatte irgendwie nie etwas von zwei hochprofessionelle Gentleman, die sich da ein Duell liefern. Der Wortwitz war in meinen Augen immer ziemlich unreif. Also man merkt relativ schnell, das Material an sich, das Skript und auch die Regie von John Watts, die sind eigentlich der Beider nicht so richtig würdig. Also Clooney und Pitt sind in dem, was sie können und auch im Hinblick auf ihre gesamte Filmografie besser als das, womit sie hier arbeiten müssen, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl. Den Regisseur John Watts habe ich gerade erwähnt, den meisten ist er bekannt von den MCU-Spider-Man-Filmen und er hat sehr eindeutige Genre-Filme davor gemacht, mit denen ich beiden nichts anfangen konnte. Ich war kein Fan von Klauen oder auch Cop-Car und ich finde, hier verhebt er sich irgendwie deutlich. Also er ist kein Steven Soderbergh, das wird für mich am Anfang sehr schnell klar. Das hier hätte einfach ein bisschen mehr Klasse und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr ausgefeiltere Dialoge und Plotwendungen nehmen können. Das wirkte irgendwie so, als hätte man dieses Skript zu früh in Produktion geschickt und man hätte noch ein bisschen dran feilen können. Wie siehst du das? Ja, ein bisschen ist gut. Also die beiden hatten ja in der Tat mehr Gags auf der Pressekonferenz als auf der Leinwand. Und das Ding ist so sehr, die sich vielleicht als Kollegen mögen könnten, auf der Leinwand haben sie hier einfach null Chemie entwickelt. Es holperte einfach nur, denn solche Filme wie dieser, wo es letztendlich ja auf die Body-Komödie hinausläuft, die leben einfach von der Chemie, die dann zwei Darstellende untereinander entwickeln. Und egal wie gut das Skript ist, wenn da nicht wirklich die Funken sprühen, dann hilft auch das beste Skript nur wenig. Hier ist das Skript schwach und die Dynamik zwischen den beiden ist so mau, dass sie da nichts mehr rausreißen kann. Wir sehen hier auch schauspielerisch kaum Glanzleistungen. Und das Problem bei dem Humor, den du bereits ansprachst, ist zum einen auch, du sagtest recht infantil. Ich empfand ihn mehr als das, wobei das Gegenteil ist vielleicht gar nicht so das Gegenteil, sondern vielleicht genau das Gleiche, nämlich als sehr altherrenhaft. Aber ab einem gewissen Alter driftet man ja auch wieder ins Kindliche. Insofern ist das beides vielleicht so Hufeisen-Theorie-mäßig nah beieinander. Und letztendlich hat dieser ganze Film einen einzigen Witz. Und dieser Witz ist, dass die beiden Typen sich total ähnlich sind. Und dieser Witz wird unendlich wiederholt und ist sogar schon im Trailer enthalten, sodass man dann wirklich so denkt, okay, fällt euch jetzt mal irgendwie was anderes noch ein? Und die Antwort ist, nö. Genau, man, daher kommt ja auch der Titel. Also das Bild des einsamen Wolfes, der hochprofessionell und stoisch seinen Job erledigt, unantastbar und nie Emotionen zeigt. Das kennen wir aus so vielen Actionfilmen und Thrillern. Und der Film verkauft einem am Anfang irgendwie die Idee, als wollte er dieses Klischeebild dekonstruieren oder auch ein bisschen bloßstellen und will halt zeigen, hier ist doch schon ein bisschen albern, gemeinsam erreicht man mehr, gemeinsam ist man stärker. Und es ist so offensichtlich, dass ihr beiden eben als Team gut harmonieren würdet. Aber das kann der Film einem dann doch nicht so recht verkaufen, weil er macht zwar diese Gags in diese Richtung, dass die beiden sich so ähnlich sind, aber man hat irgendwie nie das Gefühl, dass die beiden einander sich ergänzen oder auch, dass man tatsächlich dann diese stoischen Einzelgänger emotional ein bisschen aufweicht und sie tatsächlich mal die Maskerade und die Fassade fallen lassen und einander ehrlich begegnen auf emotionaler Ebene. Hätte man das gemacht, wäre das wirklich interessant gewesen. Aber da hat der Film nicht vor, dermaßen in die Tiefe zu gehen und versteckt sich dann eben hinter dem Humor, den er zeigt. Ja, Altherrenhumor, kindlicher Humor, fast das Gleiche, da gebe ich dir recht. Es ist einfach in erster Linie ein Humor, dem es an Style und Coolness fehlt. Also ich finde, die beiden können ja Chemie haben. Ich finde, sie haben definitiv Chemie in der Oceans-Trilogie. Nur diese beiden Charaktere sind halt nicht Daniel Ocean und Rusty Ryan, weit davon entfernt. Und wenn man hier auch versucht, zum Beispiel ziemlich krude das Alter der beiden mit einzubeziehen. Es gibt hier auch so einen wiederkehrenden Running-Gag, dass die beiden Rückenprobleme haben oder Lesebrillen benutzen müssen. Und das hat es nicht sympathischer gemacht, überhaupt nicht. Generell ist alles, was hier an Gags abgefeuert wird, absolut oberflächlich das Simpelste und Blödeste, was man sich hätte einfallen lassen können. Und das ist einfach, hätte man eine Buddy-Komödie gemacht mit irgendeinem Großmaul und einem typischen Action-Star, keine Ahnung, hätte man hier Jason Statham und Kevin Hart oder wen auch immer miteinander vereint, würde das passen. Aber Clooney und Pitt haben immer dieses Gentleman-Image. Und das, finde ich, geht nicht d'accord mit dem Ton, den der Film einfach anschlägt. Ja, und dann merkt man eben auch, dass der Film halt das ist, was er eigentlich versucht zu veralbern, nämlich eine Altherren-Komödie, in der es nur wieder mal um alte, weiße, straighte Männer geht. Und dann gibt es auch so ganz peinliche Witze wie Haha, zwei Männer buchen ein Hotelzimmer. Was machen die denn da? Also so queerfeindlicher Humor, aber auf der wirklich verstaubtesten Schiene, dass man das Gefühl hat, man ist wieder in den 80ern. Also darüber lacht doch heutzutage, also höchstens Opa, der die CDU wählt oder so, ja, lacht über solche Witze. Und dann wird da eben auch manchmal eine Art von Humor angewandt, die überhaupt gar keine Kontinuität hat. Zum Beispiel hält der Film sich denn für besonders clever, wenn er ein Wahlplakat besagter Ministerin, die ja mit dieser vermeintlichen Leiche in ihrem Hotel am Anfang da saß, zeigt und da steht auf dem Wahlplakat Tough on Crime. Das soll jetzt irgendwie lustig sein, aber de facto hat sie gar kein Verbrechen begangen. Also was ist witzig daran, dass diese Frau in ihrem Amtsjob Tough on Crime sein will? Alles, was sie gemacht hat, ist einen jüngeren Partner im Hotelzimmer für einen One-Night-Stand zu haben. Das ist nun kein Verbrechen. Also dieser Film scheint sich selber auf vielen Ebenen nicht zu kennen, weder auf einer ganz simplen Logik- und Kontinuitätsebene noch als Verständnis dafür, was er ist. Und dann ist eben auch dieser Aspekt, dass es witzig wäre, wenn der Film sich über dieses Klischee der supercoolen weißen Fixers-Crime-Typen lustig machen würde. Aber die beiden sollen eben dann auch in echt so ultracool sein. So nach dem Motto, ja, sie sind ein bisschen lustig, aber das macht sie noch cooler. Und so funktioniert eben Satire nicht. Wo wir ja wieder bei dem Punkt wären, dass er gar nicht weiß, ob er eigentlich eine Satire sein will. Oder einfach eine der, wie du gesagt hast, aus den 80ern entflohene Action-Comedy. Was mich halt auch gewundert hat, wie man hier tonal vorgeht, dass das so altbacken wirkte und dass man da auch nicht ein bisschen mit der Zeit geht. Was das mit der Senatorin betrifft und dem jungen Mann auf ihrem Zimmer, das ist nicht illegal, das stimmt. Aber vielleicht geht es da ein bisschen um die amerikanische Doppelmoral, weil sie ist ja nun mal A in einem politischen Amt, sie ist Mutter. Selbst wenn sie vielleicht eine Single-Mutter ist, man gestattet ihr sowas nicht. Vielleicht, ja gut, der Film schwingt sich da nicht auf zu irgendeiner Form von Kritik an amerikanischer Doppelmoral und Frauen in politischen Ämtern. So klug ist der Film nicht, bei weitem nicht. Aber ich kann irgendwo nachvollziehen, dass auch wenn der junge Mann eben am Leben ist und nicht tot ist, dass das imagemäßig nicht so gut rüberkäme. Vor allen Dingen eben, wenn sie die konservative Seite vertritt. Aber ja, die Nebenrollen, reden wir mal darüber. Also mir ist klar, dass der Fokus auf Clooney und Pitt liegt, aber die Nebenrollen haben Potenzial, was aber auch verschenkt wird. Vor allen Dingen auch insbesondere im Punkt auf die Darsteller. Amy Ryan ist immer eine sehr verlässliche Nebendarstellerin, sehr gut. Und hier hat die praktisch nichts zu tun, außer im ersten Drittel da rumzurennen und nervös zu sein und sich zu fragen, wie kann ich jetzt hier dieses Problem lösen? Da hätte man eigentlich jeden für nehmen können für die Rolle. Habe ich überhaupt nicht kapiert. Austin Abrams, als der junge Mann, der mit ihr auf das Zimmer geht und dann später eben zum, ja quasi zum MacGuffin des Films wird, zum lebenden MacGuffin, den man die ganze Zeit wieder einfangen muss, weil er davon rennt, den fand ich eigentlich doch gut. Der hatte eine sehr aufgeregte Energie und der hat immer Leben gebracht in die Szenen, in denen er halt dabei war. Es gibt da eine längere Verfolgungsjagd mit ihm, die hat so chaotisch sie halt inszeniert, war schon irgendwo Laune gemacht. Aber ansonsten hast du klischeehafte Russenbösewichte, Ostblockbösewichte und ansonsten ist da halt bei den Nebenfiguren nicht viel zu reißen und nicht viel zu sehen. Man konzentriert sich verständlicherweise vollkommen auf Clooney und Pitt, aber das funktioniert ja auch nicht, wie wir schon gesagt haben. Also muss man umso frustrierender feststellen, dass das Ganze drumherum auch nicht wesentlich interessanter ist. Ja, absolut. Also auch hier, die Frauen sind alle auf winzige Auftritte. Amy Reigns ist noch die größte Rolle reduziert. Auch Purna Yaganathan sehen wir in so einer typischen Token-Rolle. Oh, wir haben hier eine Frau und dann noch so eine indischstämmige in einer winzigen Rolle am Rand. Diversität abgehakt. Also man merkt wirklich, dass das ja einfach ein ganz altbackener, weißer Männerfilm ist und in keiner Form unterhaltsam, wenn dann am Ende noch so eine verkorkste Referenz an Frank Sinatra, der natürlich auch seinen gewissen Bezug hat zur Karriere von Pitt und Clooney. Du erwähnt es ja bereits, Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, der in seiner Urform ja mit dem Red Pack besetzt war. Und da gehörte Frank Sinatra dazu. Also um drei Ecken gibt es da einen Bezug, dass das so ein bisschen so eine Hommage irgendwie sein soll oder andeuten, dass das vielleicht damals das bessere Kino war. Aber war es eben nicht. Es war halt ein furchtbar konservatives, sehr einseitiges Kino und keineswegs besser. Also wirkt das dann auch auf unglückliche Weise doppelt ins Fettnäpfchen getreten. Einerseits eine Huldigung in die falsche Richtung, andererseits die Evokation eines Ideals, von dem der Film weit, weit weg entfernt ist. Denn das Red Pack und Frank Sinatra, die hatten immerhin noch ein bisschen Dynamik, Charme und Werf. Und sie konnten besser tanzen, als es in dem Film vorgeführt wird. Diese Szene war auch, also die besagte Hochzeitsszene mit diesem Tanz. Ich habe mir auch gedacht, was soll das? Ist nicht sonderlich witzig und es wirkt halt altbacken. Das ist wohl das, was man zusammenfassend sagen kann. Vielleicht ist das gerade der Punkt, der uns irgendwie entgangen ist. Das ist eine ganz gewollte Hommage an Buddy-Komödien aus einer anderen Zeit, in den 90ern und 80ern, als dieses Genre noch für volle Kinos gesorgt hat. Könnte es hier und da ja auch noch, es wird ja immer mal wieder belebt, nur das hier hätte es nicht geschafft, um dann wieder zurück zum Anfang zu kommen. Ich bereue es nicht, dass der kein Kino stattbekommen hat. Ich wäre da wahrscheinlich noch enttäuschter gewesen, wenn ich ihn dementsprechend dann in einem Kino gesehen hätte. Es ist wirklich ein durch und durch vergessenswerter Film von der Stange, der nur diese Aufmerksamkeit bekommt, wegen den beiden großen Namen, die da vertreten sind. Und was die beiden an diesem Skript gereizt hat, verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Da sind beide, obwohl sie jetzt die 60 erreicht haben, immer noch Besseres gewohnt, liefern für gewöhnlich bessere Arbeiten ab und kriegen auch bessere Sachen angeboten. Ja, beide haben in der Vergangenheit hier und da auch noch häufiger Fehltritte gehabt. Aber das hier ist nun wirklich, finde ich, für beide eine komplette Zeitverschwendung gewesen. Und durch die beiden hat ja, wie ich gestern noch erfahren habe, Wolves den derzeit besten Start eines Apple-Plus-Films hingelegt. Also das ist wohl derzeit der Apple-Plus-Film mit den allerbesten Klickzahlen. Das wird natürlich hoffentlich jetzt mächtig abgeklungen haben nach dem Wochenende und durch die Mundpropaganda. Aber es lag halt logischerweise an den beiden, nicht an der Qualität des Films. Und er wird das Schicksal erleiden, was alle Streaming-Filme erleiden. Er wird nach einer Woche komplett vergessen sein. Und das hat er in dem Falle auch verdient. Das war soweit mein Fazit. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Wolves ist halt so verunglückt, wie der Rechtschreibfehler das im Titel schon andeutet. Ein Witz, der einfach nicht zündet und aus einer ganz anderen Zeit kommt. Selbst für Fans der beiden Hauptdarstellenden eher eine schwache Eintrag in beider Karrieren und auch für den Regisseur kein neues Glanzlicht. Vielleicht war es der Reiz zusammen, einfach eine lustige Zeit am Set zu haben oder der Gehaltscheck. Jedenfalls ist das garantiert nichts, was man nachholen muss und dem man auch auf der Leinwand, wenn man es da nicht sehen konnte, nicht nachtrauern muss. Also Wolves ein Fall für die Tonne. So ist es. Wir schließen uns jetzt wieder dem Rudel an und laufen davon auf der Suche nach deutlich aus besseren Filmen. Lida, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Gerne, gerne. Und ich bedanke mich bei euch allen für das Zuhören. Abonniert den Tele-Stammtisch, bleibt dran und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.